Der Akzent Das Geschick Der großartigste Inspektor der Welt ist nicht mehr, was er mal war. Ein klarer Verstoß! Ihr Strafheckel! Halten Sie sofort Ihren Samen an! Doch manche Dinge Jetzt verlasse ich sprangreich. Das ist keine gute Idee. ändern sich nie. Der rosa-rose Panther-Diamant wurde gestohlen. Was habe ich gesagt? Nun ist er zurück an diesem Fall. Sie wollen Clouseau. Clouseau? Fragen Sie nichts. Er ist nicht die erste Wahl. Erzählen Sie mir was über Inspektor Clouseau. Er ist etwas seltsam. Doch er stellt sich der Herausforderung. Was könnte das sein? Ein Aufnahmegerät? Nein. Es sieht nur aus wie ein Aufnahmegerät. Es ist dem wahre Teil ein geeinkollet. Seine Kampftechnik ist proziser. Das Gereignis eines erfolgreichen Karateangriffs ist das Element der Überraschung. Der war gut. Danke. Die Anforderungen werden größer. Wie lautet das Passwort? Hamburger. Hamburger? Nein. Hamburger. Ich sagte Hamburger. Nein. Sie sagte Hamburger. Hamburger? Hamburger. Doch demnächst im Kino. Um sich den Tatergang besser vorstellen zu können, werde ich mich jetzt in Ihre Position versetzen. Zeigt er der Welt. Dafür trete ich auf den Balkon. Gras! Dass er immer noch der Beste für den Job ist. Haben Sie eine heiße Spur? Ich will Sie gleich auf den neuesten Stand bringen. Aha! Alter! Alter! Wir wissen gar nichts. Jetzt sind Sie auf dem neuesten Stand. Der rosa-rote Panther 2. Ah, das traute einem. Überraschung sein Krieg!